Musik Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video mit mir im RpCypher und in diesem Video will ich euch mal meine Top 5 Lieblings-Animationskanäle auf YouTube vorstellen. Vorab möchte ich aber nochmal sagen, dass hier ist jetzt meine persönliche Meinung, also falls jetzt eure Top 5 Lieblings-Animationskanäle nicht in der Liste sind, braucht ihr euch nicht wundern, ihr könnt mir aber eure Liste mal auch in die Kommentare schreiben, es würde mich sehr freuen. Egal, fangen wir mit dem Video mal an. Auf den 5. Platz steht der Drog. Der Drog ist wahrscheinlich der einzige deutsche YouTuber, den ihr jetzt in dieser Liste findet werdet, da die geilsten Animatoren natürlich Amerikaner sind. Jedenfalls ist er trotzdem ein richtig guter Animator, und ich hab mir von ihm auch sehr viel Inspiration für meine Videos geholt, also meine Animationen. Bekannt ist er mit seinen 10 Spielen in so und so vielen Sekunden-Videos, Retube-Rap-Battle-Videos und natürlich sein meistkriegstes Video, die komplette Reporter-Sage in so und so Sekunden. Auf dem 5. Platz steht bei mir Alan Becker. Alan Becker müssen eigentlich sehr viele YouTube-Animatoren kennen, vor allem die YouTube-Animatoren, die mit Strichmenschen arbeiten, denn Alan Becker ist der Meister der Strichmenschen-Animation. Besonders berühmt geworden ist mit seinen Videos Animation vs. Minecraft Original oder Animator vs. Animation 4. Auf dem 3. Platz habe ich Hot Digi-Demon. Er ist wirklich ein Meister, was die Animation von modernen Cartoons angeht. Er benutzt auch sehr oft diese Sound-Effekts, die man auch sehr oft in so modernen Cartoons hört. Und deswegen, er ist einfach Baba. Berühmt geworden ist er mit seinen zwei Animationen, Facebear and Friends oder Luigi's Day Out. Und Luigi's Day Out, das müssten eigentlich viele kennen, denn da gibt es jetzt schon drei deutsche Übersetzungen, das soll was heißen. Und Facebear and Friends ist jetzt wirklich einer der Klassiker unter den FNAF-Animationen. Auf dem 2. Platz steht der gute alte Dogly. Ja, wer kennt ihn nicht? Der gute alte Pixel-Animator Dogly. Er ist wirklich einer der besten Pixel-Animatoren überhaupt. Egal ob Sonic-Bit, Mario-Bit, The Legend of Zelda-Bit oder Kevin the Assistant-Bit, bei Dogly ist alles dabei. Und auf dem 1. Platz steht Py-Mations! Yeah! Das Py-Mations in dieser Liste drin ist, hätten die meisten von euch sich eigentlich auch schon denken können, denn Py-Mations ist mein Lieblings-Animator überhaupt. Und ich hab da schon sehr, sehr viele von seinen Videos gedubbt. Sehr berühmt geworden ist er auch mit seinen FNAF-Parodien, seine meisterlichste FNAF-Parodien, einfach mal 31 Millionen Aufrufe. Und er gilt auch jetzt als einer der besten Animatoren auf YouTube. Und das alles fing so an. Slap my hand! Slap it now! Trust me! This is not a trick! Inzwischen macht Py-Mations auch zu jedem Spiel oder Serie oder Film, das gerade so ein Trend ist. Auch eine Parodie, die echt extrem lustig ist. Einfach sehr kreativ muss man dann sein, um sowas herzustellen. Und auf jeden Fall von Py-Mations, also er hat mich auch inspiriert, selber Animationen und Parodien zu spielen oder Serien oder so zu machen. Und deshalb steht Py-Mations auf Platz 1 meiner Lieblings-Animatoren auf YouTube. Jo Leute, danke fürs Zuschauen! Und schreibt mir bitte auch mal eure Liste in die Kommentare und schreibt mir auch mal, was ihr für meine Liste haltet. Auf jeden Fall und auch vielen Dank an das Ganze, an die ganzen schönen Kommentare, die ihr mir unter meiner letzten Animation geschrieben habt. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!